So, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ach, wie war's das? Wirklich, nur noch Müll. Ganz ernsthaft. Ach, wieder diese... Haifisch-Skins. So scheiße, diese Haifisch-Skins. Obwohl, es sind gar keine Haifische. An welche da... ...mit so einem... ...Pullovering gemacht. Ach soo. Ein Rundes Repertoire, nice. Bitte? Ja, ganz Rundes Repertoire. Knall Kopf. Oha, ist der Preis. Der ist... Dungelstörung. Ich spiele den alternativ. Was ist das denn? Ich weiß nicht, das ist nicht so der Rumpen.